Leute, weißt du, was ziemlich cool ist? Und zwar habe ich meinen Akku abgebaut. Ich zeige euch noch mal ein Bild, wo der vorher stand. Der stand im Kellerraum. Und was mache ich jetzt? Ich gucke mir nach einem Jahr an, also der lief jetzt ein Jahr, 24-7, wie das Teil wirklich aussieht. Also im ersten Teil werden wir es optisch begutachten, also jeden dieser Packs mal drüber gucken, ob da irgendwie Auffälligkeiten sind. Und im zweiten Teil werden wir mit einer Wärmebildkamera drüber schauen. Mal schauen, ob da irgendwas zu sehen ist. Ich bin halt mega gespannt, weil das Teil lief jetzt echt total lange da quasi durch und jetzt wollen wir mal sehen, was abgeht. Okay, als erstes noch mal ganz kurz zur Wiederholung. Was seht ihr hier? Ihr seht hier 14 Packs mit insgesamt 2000 Zellen ungefähr, also 2018 650er Zellen, fast alle recycelt. Und genau, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was da abgeht. Was ihr hier seht, ist ein Lithium-Eisenphosphat-Akku. Den habe ich parallel geschaltet zu dem anderen Akku. Natürlich die Spannungsbereiche angeglichen und so weiter, dann passt das. Das ganze Teil hat insgesamt 15 Kilowattstunden, also es ist halt wirklich ein sehr großer Akku. Den hat mir bisher extrem gute Dienste geleistet. Also bin ich wirklich gespannt, ob es dem wirklich noch gut geht. Ja, dann machen wir einfach mal, ich blende einfach mal dieses Pack hier ein. Da ist nämlich zum Beispiel schon mal ein bisschen was zu sehen. Ich will jetzt hier nicht alles einzeln zeigen, weil das ist, glaube ich, relativ langweilig für euch. Die meisten sehen ganz gut aus. Aber hier kann man zum Beispiel schon mal ein bisschen was sehen und das schauen wir uns an. Jo, alles klar. Gucken wir uns mal ein Pack an, wo ich ein bisschen was gefunden habe. Also ich habe gerade alle durchgecheckt und die sind alle cool. Nur bei dem Pack habe ich gesehen, dass diese beiden Zellen, die haben halt keine Verbindung mehr irgendwie zu dem Rest. Also die sind getrennt. Und warum ist das so? Ich mache quasi immer so ungefähr jedes halbe Jahr oder manchmal auch jede drei Monate so ein Wartungsintervall. Ja, das funktioniert total einfach. Ich packe einfach diese Balancer, die stöpsel ich ab, weil die sorgen halt immer für einen Ausgleich, also einen Spannungsausgleich zwischen den einzelnen Packs. Und also wenn ich die dran habe, kann ich nichts sehen. Dann passiert einfach nichts. Und wenn ich die abkopple, dann kann ich halt zum Beispiel erkennen, ob dieses Pack irgendwie Spannung verliert. Und das hat es. Ja, über Nacht. Und zwar relativ viel. Da konnte ich halt sehen, okay, da stimmt was nicht. Und als zweiten Schritt habe ich dann das Pack damals einfach entkoppelt, habe eine Wärmebildkamera draufgehalten und gesehen, okay, die beiden hier, die leuchten wie die Wunderkerzen, ja, auf der Wärmebildkamera natürlich. Und die waren ein bisschen erwärmt. Und das zeigt dir halt an, dass die beiden hier Spannung verloren haben. Und deswegen habe ich die getrennt. Die sind dann auf 0 Volt runtergegangen und sind jetzt praktisch einfach tot. Ja, also die sind hier einfach überhaupt nicht mehr. Die machen nichts mehr. Und diese Wartungsintervalle sind mega wichtig, wenn ihr solche Packs habt. Ja, die müsst ihr regelmäßig machen. Es reicht einfach nur. Balancer abchecken. Verliert das irgendwie Spannung? Wenn ja, ist schlecht. Dann müsst ihr drauf gucken. Wenn nein, alles cool. Okay, was machen wir jetzt im nächsten Schritt? Im nächsten Schritt schauen wir uns das Ganze hier mit dieser Wärmebildkamera an. Ich nehme das auch auf. Und was ist das für eine? Das ist so eine Seek Turmel Wärmebildkamera. Warum habe ich die gekauft und nicht so eine FILR? Der Grund ist einfach die Auflösung, weil bei den FILR kriegst du für dasselbe Geld eine viel schlechtere Auflösung. Du kannst halt die die einzelnen Zellen nicht mehr erkennen auf dem Wärmebild. Das heißt, es bringt dir nichts. Oder du musst halt ein sauteures Ding kaufen. Und das Ding war einfach günstiger. Kannst du ans Handy stöpseln. Klappt wunderbar. Okay. So, im nächsten Schritt. Ich gehe einfach mal die Pack so durch und wir schauen uns dann hier mal an. Ich nehme es auch als Video auf. Könnt ihr euch gleich angucken, was man hier so sehen kann. Okay, starten wir. Erstes Pack. Man sieht nichts. Also ihr müsst halt immer bedenken, dass man genau das sehen will. Also möglichst eine ebene Fläche. Also man will halt eigentlich nichts, keine Anomalien in irgendeiner Form sehen. Das, was hier so hell leuchtet. Also ihr seht jetzt gerade meine Hand. Das hier, was ich zeige, das ist das BMS-Modul. Das soll ruhig so hell leuchten. Upsala. So, gehen wir zum nächsten Pack. Ist auch komplett anomaliefrei. Zum nächsten Pack. Da oben seht ihr wieder das BMS. Da das nächste Pack. Auch wieder komplett unauffällig. Und das letzte Pack. Auch unauffällig. Okay. Checken wir hier. Unauffällig. Unauffällig. Kann man jetzt eigentlich so durchgehen. Also da ist wirklich nichts zu erkennen. Okay. Ich habe es auch eben schon mal gemacht. Also auch in ganz Ruhe. Das sollte man in Ruhe machen und sich die Dinger nochmal genauer anschauen. Aber ich habe wirklich nichts gefunden. Die Teile sind komplett unauffällig. Also nichts zu sehen. Aber so könnt ihr halt erkennen, wie das funktioniert. Wenn ihr da halt irgendwo einen hellen Fleck seht. Also ihr seht, irgendeine Zelle ist viel wärmer als die anderen. Dann wisst ihr, da stimmt was nicht. Dann müsst ihr drauf gucken. Jo, alles klar. Also ihr habt jetzt gesehen. Ich habe das Ganze hier ordentlich gecheckt und so. Und es hat, wie gesagt, ich habe jetzt hier keine Anomalien gefunden. Alles super. Ich fand es mega interessant. Wie gesagt, nach einem Jahr sich das Ganze mal anzusehen und so. Das ist ja schon irgendwie eine spannende Nummer. Naja, egal. Wie gesagt, jetzt kann ich gerne das Ding umziehen in den Container, wo ich es reinpacke. Da kommt natürlich auch noch eine Folge. Die seht ihr dann bald, wenn ich meine Anlage upgrade und komplett umziehen lasse. Das werde ich euch natürlich alles zeigen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, denkt daran, gebt mir ein Like. Abonniert mich gerne. Kommentar auch immer willkommen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.